Herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. Wir rasten wieder aus bei Rocket Racing. Ja, ich liebe es, ich mag es, es ist einfach geil und von daher würde ich vorschlagen, wir starten rein. Los geht's. Und da sind wir auch schon direkt am Start. Ja, drin geht's. Gucken, Controller muss das auch können. Controller kann das. Los geht's. Auf, auf, Junge. Ja, ich lehne das Getränkchen noch. Weil zwar schwitzen zwischendurch. So Leute, wir sind bereit. Es geht los. Es geht los. Oh, I am hot. Wie, warte auf Spieler, 11 von 12. Mach Jumi. Zur Not fahren wir mit 11. Ist doch ja. So, jetzt aber. Feuer frei. Ah. Bin bereit. So, also wenn man, wahrscheinlich, wenn man genau die richtigen Moment trifft, dann wird man wahrscheinlich gedüstet. Ich bleib mal wieder unten, ne? Letztes Mal weg oben hingefahren. Hallo, du Affe. Und nur so eine Pissbacken unterwegs hier. Halt. Ja, das geschieht dir recht, du Arschloch. Aber, ey, aber das ist doch wirklich, ist doch frötenhaft hier. Oh, das war scheiße. So, vielleicht sollte ich mich mal wieder konzentrieren. Jetzt konzentriere ich mich mal. Ich bin ja nur Fünfter hier. Also, das ist ja Grottenscheiße. Und verpiss dich doch mal. So ein Horster. Letzte. Mein Schau ab. Saft Nase. Ja. Nein. Bin ich durch den roten Ball gefahren, Alter. Das war auch irgendwie nicht cool gedriftet. Nicht ideal, Standard. Oh, hier waren wir noch gar nicht gewesen. Oh, das war ja nicht schlecht. Oh, oh. Scheiße, die Letztek vermasselt. Aber ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Klare Sache. Klare Sache. Nichtsgönner. Ganz lässig. Ganz lässig. Oder auch nicht. Aber die Abkürzung da, die war gut gewesen. Ja, also die... Da muss ich mir merken, muss man oben lang. Das war deutlich besser. Wenn ich übrigens immer so nach links gucke, da seh ich quasi, was ihr dann sehen später. Und mein Rechner hat offensichtlich ganz schön zu tun mit dem Spiel und der Kamera aufnehmen. Obwohl ich mittlerweile da schon einige Kniffe raus habe. Oh. Okay, also das war schon mal mein Controller, mein Controller, mein Controller, mein Controller machte gerade nix. Also ich bin auch ausgerüstet, wirklich mit der tollsten Technik auf Erden. So eine Scheiße. Ja, also wir haben hier eine ganz neue Strecke. Eine ganz neue Strecke. Oh ja. Eine ganz neue Strecke. Die ich noch so gar nicht kenne. Ja, aber die fahren auch schon wieder wie die Oschis, ey. Zu früh gedrückt. War ich schon wieder zu viel richtig gewesen. Juhu. Hau doch mal ab, Alter. Das war ein bisschen cool, aber das hat mich nicht so richtig... Meine Fresse, Junge. Macht euch doch mal weg. Das war's. Scheiße, da oben an der Decke hätte man rannehmen müssen, dann hätte man noch einen Boomstick gekriegt. Komm, 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 komm. Ja. Mörder. Mörder. Knapp, Junge. Guck mal hier. Der zweite, Junge. Zwei Zehntel hinter mir. Boah. Das war eine enge Nummer, Junge. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich vorher irgendwie lenke. Da hinten steht nicht. Ja. Hat super geklappt. Also lenken konnte ich jetzt super, aber nicht Gas geben. Also wie gesagt, ich bin richtig froh, dass ich so gut ausgestattet bin hier. So, aber, hallo, ihr Affen. Aber ich kenne die Strecke, das ist schon mal gut. Aber ich bin ganz... Meine Fresse, jo. Also, die stehen alle nur im Weg rum. Diese... Ah, gleich flippig aus. Gleich flippig aus. Diese Pissbacken. Ich will den Boost aber noch nicht investieren. Und der da vorne ist aber weit weg. Das war gut. Das war auch gut. Na, der da vorne ist ganz schön weit weg. Ob wir den auch kriegen, weiß ich nicht. Ja, okay. Er säuft hoch auf jeden Fall. Hallo. Also, Mann, Alter. Das die immer... Das machen die mit Absicht, ne? Die Arschgäle. Dass die einen immer so im Weg stellen werden. Penner. Penner sie. Naja, mach mal. Alter, mach mal. Fick dich schon mal. So, da drüben war auch noch ein paar. Letzte Runde. Ah, scheiße. Den Boost muss ich nicht. Jetzt aber. Na, wir sind gut unterwegs, die Jungs. War doch der Erste. Der ist ja wirklich massiv weit weg. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Das war scheiße. Aber das war hinten raus gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht gewesen, muss man mal sagen. Bike war nicht weit weg. Zwei Sekunden. Zwei Sekunden. Dafür, dass der so weit weg war zwischendurch. Richtig gut. Richtig gut. Das soll man mal sagen. Genau, letzte Runde, würde ich sagen. Ich muss hier zwischendurch die Controller drücken. Das ist das. Ja, es ist immer ganz schön unfair, dass die immer alle gleich schubsen. Okay, alles klar, ihr Drängelaffen. Entschuldigung, warum bin ich denn so weit hinten reingehen? Jetzt sind wir mal zumindestens wieder, dass wir hier ohne Ecke mitfahren können. Ja, ist okay, misst mal alle. Haut mal euren Boost raus. Kein Problem. Ja. Oh, Leute. Die fahren aber auch wie die Henker hier. Die fahren aber auch wie die Henker hier. Das ist schwer jetzt hier. Also die Jungs können schon ein bisschen was. So. Okay. Letzte Runde. Jetzt gilt's. Ja, wo kam er denn her, bitte? Okay. Okay. Ja, das war zu früh. Das war zu früh. Ja. Ach komm, ey. Was war das? Was war das? Was zum Geier war das? Was für ein Beschiss war das denn gewesen? Er war hinter mir und setzt sich neu modern vor mir hin. Das ist der allerletzte. Also das war Betrug. Ja. Ja. Klare Geschichte war das Betrug. Ich will nicht nächstes Rennen. Ich will zusammenpassen. Silber 2 sind wir mittlerweile. Ja. Silber 3 sogar. Das war aber Betrug. Das war Betrug. Bin ich mir sicher. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Das war klares Cheaten gewesen. So eine Dreck-Scheiße. Ja. Aber hat wieder richtige Laune gemacht. Von daher, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn das wieder heißt. Rocket Racing. Ja. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.